Und wieder ist ein Törchen aufgemacht und ich bin immer noch im Rathaus. Und neben mir steht Brigitte Serrano von den... Grünen. Ach was. Grüne FEI, muss ich genau sagen. Ja, grüne FEI. Ja. Eine Frage, kennen wir denn ein grünes Weihnachtslied? Nein. Doch. Sondern? Oh, Tannenbaum. Wir beiden. Ja, jetzt. Wir singen. Genau. Wir singen zusammen. Kennst du den Text? Nein. Moment, ich habe doch mal was vorbereitet. Frau Serrano, das geht. Einmal hier der Text. Ich mache das nicht. Doch. Ich kann überhaupt nicht singen. Die Leute werden wahnsinnig. Und die werden auch weglaufen. Und ich mache das überhaupt nicht. Kein bisschen mache ich das. Sollen wir das dann erzählen? Als Weihnachtsgedicht. Nein, das ist ja peinlich. Ja. Doch, wir singen das jetzt zusammen. Kriegen wir es hin? Ich singe mich unter. Dann fange ich an. Ja. Okay, dann fange ich an. Achtung. Ja. Eins, zwei, drei. Oh. Tannenbaum. Oh. Tannenbaum. Wie? Ach Mensch. Grün. Grün ist gut. Ich weiß, was fehlt. Ich weiß, was fehlt. Der richtige Ton. Die Musik. Haben wir auch. Haben wir? Ja. Haben wir auch. Haben wir auch. D. Geht's? Nein. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen. Dann machen wir E. Guck mal her. Die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Die kann singen. Ich kann das auch nicht. Ich kann doch nicht singen. Ach, der kann auch nicht singen. Die Feuerwehr, die ich singen kann. Die Feuerwehr kann auch nicht singen. Noch nicht was ein kleines Tatütata? Nichts. So ein Scheiß hier. Dann schönen Abend noch und bis dann. Brigitte, mach's gut. Nimm den Text mit. Lern das Lied. Soll ich da noch rum? Ich komm wieder. Ja? Tschüss. Tja, ich würde ja jetzt ein Weihnachtslied hier spielen, aber ohne Instrument. Klaus, ich hab da was. Nein. Danke. Keine Mundeharmonik, ja. Tja, dann. Tja, dann.